ok akku lädt so ich habe es auf jeden fall geschafft ich habe tft ist ein bisschen geübt ich habe immer geguckt auf den ersten plätzen wie die hat so deren teams zusammengestellt haben und ich habe ein team gefunden also so eine konstellation was sehr brauchbar ist wo ich auch ein bisschen ab wie nennt man das abgerundet war also das team die die team zusammenstellen die die champs habe ich nicht gleich bekommen ich hatte hat natürlich andere scherz und wir genommen und irgendwie hat es geklappt dass ich da auf jeden fall mal gut hoch kam also jetzt das höchste war schon platz drei und das finde ich jetzt nicht so verkehrt man sage ich zeige ich auf jeden fall morgen also später noch mal im live aber wie gesagt ein bisschen geübt deswegen komme ich erst jetzt kurz live weil ich konnte irgendwie nicht und keine ahnung ich wollte immer wieder probieren 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 bis ich nicht mehr habe ich gemerkt jetzt machst du erst mal pause so 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 ja sehe na so 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 und ich habe hier was aufgeweidet hier mein begleiter habe ich jetzt auf stufe 2 so süß ich habe auch einen begleiter bekommen hab den konntest du dir selbst aussuchen also nicht ich selbst aussuchen aber wie heißt das aber ein bekommen den ich hier aber nicht einziehen kann wo ist denn der ich weiß ich habe einen bekommen aber der ist wohl genau hier hier habe ich den irgendwie bekommen durch so eine truhe oder so der hat hinten so eine art luftballon so süß und der guckt so als wie hunger 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 essen so richtig so richtig cute wegen seiner augen süß ist er ja aber der luftballon würde mich so ein bisschen twiggern aber der ist auch süß oder ich weiß ja nicht der hat irgendwie so voll diese voll diese sterne so in den augen der jagt sein der jagt den luftballon der jagt den luftballon oh das ist so süß Junge wie geil diese fliegen drachen jetzt mal drachen finde ich auch eigentlich ganz okay aber irgendwie ist der mundwinkel erinnert mich an diese machichi kennt man ja bestimmt aus den 90ern und so diese machichi viecher diese komischen puppen von daher könnte ich das nicht ich könnte das nicht auf gar keinen fall ich bin oben aha was nehmen wir denn was nehmen wir denn wir nehmen keine ahnung ach erstmal ein luchs der fuchs und ich möchte ach komm Yumi ich spann dich mal die katze nervt nämlich auch die katze nervt nämlich auch die katze nervt nämlich auch aber ich fühl's cool bei dem tft da sind wieder ein paar andere shams dabei also ich hab auf jeden fall also annie war ja schon beim letzten update von tft dabei team kent oder sowas war ja auch schon dabei aber es gibt andere shams nicht die schon dabei waren jedenfalls gibt es auch neue was ich voll cool finde zwei vier 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 ich würde mal auf jeden fall später sonntagnachmittag noch wahrscheinlich andere erste plätze noch mal abfotografieren da noch mal ein bisschen so ein team konzentration mal angucken ja und ich bin wieder eisen 2 ich war ja auf eisen 3 die verloren hatte vor allem ich hatte ja gespielt da ging es ja nicht um meinen rang und irgendwann so deine platzierung ist das eisen nicht so und nein und ich will natürlich noch ein spiel wo ich denn auch wusste ich bin noch nicht so weit dass ich jetzt wie was wo aber okay schlimmer geht es ja nicht mehr ich freue mich nächste woche nur vier tage arbeiten filter gefreut werde ich am kopf rein hat mir wahrscheinlich wieder eine pizza bestellen endlich wollte ich mal wieder ins dank zwang center aber ich habe keinen bock auf diese menschentrubel und ich möchte einen entspannen machen und nicht irgendwie in menschen strudel strudel gelangen also ich möchte so ein bisschen entspannen pizza geht immer so So knapp. Erleuchte den Weg. Du musst blind sein, wenn du Magie hast. Ich lad auch schon mein Handy. Äh... Wieso liegt es denn jetzt nicht? Moment. Ich hab's doch schon dran. Achso, erst jetzt. Joll. Technik, die nicht begeistert. Zuhause ist es am Eis. Ich bin hier. Ja! 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 In der Welt ging es genug. Ein strahlendes Licht in der Flammen. Gefahr! Erwischt! Das gibt eine Erleuchtung! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Unterwegs! Auf geht's! Bleib standhaft! Leichte mit mir! Niemand betrennt den Tatort, bis ich zurück bin! Auf geht's! Ha! ... Ha! Ehrgeblieben! Wir schaffen das! Bring es zu Ende. Und herrlich, wohin hin ihr könnt das Licht. Ein Lächeln kann die Nacht erhellen. Ich blanke hier immer treu. Positiv bleiben. Erstrahle. Zu Hause ist es am hellsten. Achtung. Ich will alles sehen. In die Schlacht mit glühendem Herzen. Für Gerechtigkeit und Licht. Unterer Turm wird angegriffen. Voller Power. Unterer Turm wird angegriffen. Das Licht Demacia. In die Schlacht mit glühendem Herzen. Ich glaube, die Runde wird nichts. Ich habe das so ein Gefühl. Zu Hause ist es am hellsten. Lichtblitz. Verbündeter getötet. Die überlegene Taktik ist, niemals aufzugeben. Alter, wo ist mein Mitspieler? Du wurdest getötet. Du bist kein Doppelkind. Oberer Turm wird angegriffen. Ich habe keine dunklen Geheimnisse. Unterwegs. Demacia. Demacia. wo sind wo ist mein team das ist das aber voll die lüse ihren rang haben sie auch nur alle wenn sich die noch supporten unterstützen kann die kälte schon alleine Kein Bock drauf. Sorry, aber das ist für mich keine gute Mitspielerin. Die sich einfach so hängen lässt. Das wird zu schnell. Ich schütze dich! Ein strahlendes Licht in der Schlacht. Ich gehe an meine Grenzen. Ein Gegner wird weg. Dann sagt er. Verbündeter getötet. Für Gerechtigkeit und Licht. Ein Lächeln kann die Nacht erhellen. Unterer Turm wird angegriffen. Turm verloren. Die überlegene Taktik ist, niemals aufzugeben. Terminiert. In der Welt gibt es genug Dunkelheit. Oh, hier war ich ja noch nie. Lichtblitz! Ich gehe an meine Grenzen Kopfschuss. Ich gehe an meine Grenzen Kopfschuss. Kopfschuss! Erfrag! In die Schlacht mit glühendem Herzen. Komm! Erfrag! Verbrenne die Schatten! Ich schütze dich! Verbündet angetötet! Verbündet angetötet! Voller Power! Verbreit die Schatten! Verbündet angetötet! Wo ich hingehe, folgt das Licht. Unterwegs! Gefahr! Gefahr! Zuhause ist es am hellsten. Greif den Drachen an! Licht! Schenkt mich! Schenkt mich! Erstrahle! Ha! 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 Wir schaffen das! Leidenschferre! Wie verletzt! Leidenschmer tanzen Drachen getötet! was? Laidenschmer tanzen Drachen getötet! Verbündet angetötet! Ha! Ha! Willkommen zu vermeiden? Ua! Was? Was ist? Das ist so! Ich muss so, dass ich besügt, ja die runde ich schütze dich ich habe keine domi den geheimnisse sondern gegner getötet leuchte mit mir zu hause ist es am hellsten die 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Juhu, hat auch noch geschafft. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Hier kann ich irgendwie auch nichts einsammeln, okay, eins brauche ich noch, also vielleicht schon mal einsammeln, habe ich schon bekommen. So, ich habe mich noch nicht einsammeln, okay, einsammeln, okay, einsammeln. So, ich habe mich noch nicht einsammeln, okay, einsammeln. So, ich würde mir überlegen, mir morgen noch oder heute, wie auch immer, mir noch die 3er-Aufwertung zu machen, aber ich weiß nicht. So, 200, oh, 200 brauche ich wieder. So, ich verabschiede mich erstmal von hier, ich wünsche euch noch was und wir sehen uns. Do-do-do-do-do-do. Bo-do-do-do. Vielen Dank.